Zuerst Schweinespeck auslassen, um den dann wieder herauszunehmen. Den üblich gebliebenen Saften nutzen wir, um Rinderschulter schön braun zu braten. Wenn das der Fall ist, kommen Zwiebeln dazu und wenn diese langsam glasig werden, dürfen Karotten rein. 10 Minuten braten lassen, salzen und dann Sauerkraut und Kartoffel reinhauen. Nachdem auch noch der Speck drin ist, muss alles abgedeckt werden und für 20 Minuten bei moderater Hitze köcheln. Die Zeit nutzen wir, um die Strudel zu machen. Einfach den Teig wie eine Familienpizza ausrollen. Und weil ich kein Nudelholz hatte, habe ich eine Bierflasche genommen. Bestes Bier gibt es übrigens beim Familymarkt, Link dazu in meiner Beschreibung. Auf der Teigmasse jetzt Öl verteilen und dann zu einer Wurst rollen. Diese Wurst dann in 4 cm große Stücke schneiden und die Strudel sind so gut wie fertig. Zu unserem Gericht kommt jetzt ein Schuss Wasser und die Strudel werden auf der Oberfläche verteilt. Jetzt Deckel drauf und 20 Minuten ziehen lassen, die Strudel werden durch den Dampf gar. Tut mir den Gefallen und probiert es aus. Auf euch Leute.